hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier unter marsch dabei ja genau hallo ja und die silage muss im bgh was du jetzt gerade so schön ist ich fahre herum und verkaufe mittwoch haben wir schon dann haben wir noch vier folgen heute muss sagen ich bin munter ich bin nicht müde ich bin munter das spiel macht so viel spaß ich kann nicht aufhören soll ich sagen zeit 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 halb drei wenn ich bei hat die ellen gerade aufgenommen ganze sieben folgen weil ich gestern abend auch schon müde war da konnte nie einschlagen macht nix ich würde jetzt die lage verrechnen irgendwie ich bin vertrauen ja da bin neue versionen neuen spielstand habe ich nicht vorher gewusst man warten kann auf körnermais hätte man auch das körnermais verkaufen können naja gut egal im letzten feld war ich auch nicht mehr wo die hälfte noch von erntereif waren her war es auch schon egal mal den neuen holland testen der miete er sich so hat wofür wenn da nichts taucht kann man auch wieder aushauen wofür wir den testen die lage auch noch mieten oder hast du gemietet du 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 Joachim Die Rüben sind da. Ja. Das ist ja. Was ist so schnell? Ja, was ist gut? Hast du schon drin gehabt? Nee. Ich hab gesagt, ich will ihn mal testen. Ja, ich will ihn auch mal testen. So kann es haben. Gefällt mir von der Optik nicht. Komm nicht auf den Hof. Optik. Ist mir immer egal. Wenn es funktioniert, ist gut. Aber wenn ich das heiße. Weil er ja 12.000 packt, ne? Mhm. Ich kenn Radlader aus dem 19er, ne? Die packen noch ein bisschen mehr. Ach was? Ich kenn noch Radlader aus dem 19er. Die packen ein bisschen mehr, Lieder. Ja, das ist aber nicht realistisch. Ah, lässt sich zu bestreiten. Also die Mengen waren ja echt unrealistisch. Tja. Aber auch eine 16. Und ich treffe. Aber ich steu ja so, dass ich brüche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020